Liebe Zuschauer, heute stelle ich Ihnen einen legendären Talkshow-Moderator vor, der in jeder Live-Show 30 Millionen Zuschauer hatte. Außerdem war er ein sehr erfolgreicher Theater- und Filmschauspieler, Regisseur, Schriftsteller, Filmemacher, Friedensaktivist und Entwicklungshelfer mit vielen Facetten. Gemeint ist Dietmar Schönherr. Er weilt nicht mehr unter uns, aber sein Geist und sein Vorbild wirken weiter. Nachlesen können Sie seine Lebensgeschichte in meinem Buch The Show Must Go On mit dem Untertitel Legenden und Idole entdecken Gott. Wenn ich jetzt dabei wäre und wüsste, dass ich zunächst seine humreiche Karriere vorstellen möchte, würde er rückblickend sagen, das ist doch alles Schnee von gestern. Aber genau daran erinnert sich noch ein Millionenpublikum der älteren Generationen. Dietmar Schönherr wirkte in über 100 Kinofilmen mit, machte Hunderte von Fernsehproduktionen, stand im gesamten deutschsprachigen Raum auf der Bühne und sorgte als Fernsehmoderator für intellektuell stimulierende Unterhaltung. Von 1969 bis 1972 moderierte er mit seiner Frau Vivi Wach die innovative und vielgesehene Fernsehshow Wünsch dir was. Mit der Sendung Je später der Abend moderierte er ab 1973 die erste Talkshow des deutschen Fernsehens. Den Jahrhundertpreis erhielt der populäre Schauspieler 1999 für seine Filmrolle als Commander McLean auf dem Raumschiff Orion. 34 Jahre nach seiner Premiere. Diese Science-Fiction-Serie erlangte sofort einen bis heute anhaltenden Kultstatus bei den deutschsprachigen Fernsehzuschauern. Als ich Dietmar Schönherr in den 80er Jahren kennenlerne, zeigte ich ihm in unserem ersten Gespräch ein Bild von dem Maler Willi Fries, der biblische Motive in den Alltag hineinstellte. Wie hier das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es handelte sich um eine Unfallszene. Ein Verletzter liegt in seiner Blutlache und wird liebevoll von einem Helfer, dem barmherzigen Samariter, verbunden. Zuschauer haben sich eingefunden, deren egoistische innere Haltung der Maler darstellte. Im Vordergrund steht ein modern, gekleiderter, dynamischer Mann, der sich in seine Zeitung vertieft hat. In seinem Aussehen gleicht er Dietmar Schönherr. Es hätte auch ein Schauspieler sein können. Ich war gespannt, wie der österreichische Menschenfreund auf diese farbige Kunstdarstellung reagieren würde. Intensiv schaute er sich die einzelnen Gestalten an und ging dann existenziell betroffen zum Angriff über. Der Typ, dem ich äußerlich gleichen soll, könnte auch ein Schauspieler sein. Er versteht sich zu präsentieren, sich auszustellen. Als Schauspieler braucht man ein gewisses Maß an Egoismus, Selbstliebe und Ehrgeiz, um sich durchzusetzen. Er liest gerade die Zeitung, vielleicht die Börsenberichte oder schreckliche Katastrophenmeldungen aus seinem fernen Land, worüber er sich vielleicht furchtbar aufregt. Aber er sieht nicht das Leid, das Unglück in seiner unmittelbaren Umgebung. Und da ist noch der Priester, der sein Brevier liest und das junge Mädchen, das vielleicht unterwegs zum Gottesdienst ist. Oder die arrogante Dame, die nur ihr schickes Kostüm ausstellt, aber keinen Blick für den Verletzten hat. Was fiel ihm beim Anblick dieser Passanten ein? Er sagte, Eine solche Szene habe ich in der indischen Stadt Bombay selbst miterlebt, wo eine tote Frau auf der Straße lag. Der tropische Regen prasselte auf den Bürgersteig und Wasser lief aus dem Mund der Toten wie aus einer Quelle. Alle Passanten stiegen über die Tote hinweg und gingen an ihr vorbei. Bei uns ist das letztlich nicht anders. Ich glaube, der Materialismus hatte unsere Seelen aufgefressen. Besonders jene Menschen, die dem Mammon verfallen sind. Anhand des Bildes von Willi Fries wollte ich von Schöner wissen, wie aus einem seelenlosen Zuschauer ein hingebungsvoller Helfer, wie von dem Maler dargestellt, werden kann. Seine Antwort ließ nicht auf sich warten. Wir müssen uns auf die Not anderer Menschen einlassen. Das geht mich etwas an, wenn es einem anderen schlecht geht, ob es eine Krankheit, ein Unfall oder ein Trennungsschmerz ist. Ein Schauspieler, mit dem ich wochenlang gearbeitet hatte, sprach immer mal wieder andeutungsweise über seine Sorgen und Probleme. Aber wir sind nicht auf ihn eingegangen. In unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft fragen sich Menschen, was sie davon haben, wenn sie sich auf hilfsbedürftige Menschen einlassen. Ich habe unendlich viel davon, fällt mir schön her ins Wort. Was ich immer an Gefühlen, Liebe, Hilfe und Rat gebe, kommt alles hundertfach auf mich zurück. Man bekommt es mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt. Und zwar ganz effektiv. Es ist eine unendliche Bereicherung. Man kann eigentlich überhaupt nicht von einem Opfer sprechen, weder finanziell, körperlich noch seelisch. Natürlich stehen helfende Menschen nicht im Rampenlicht. Denn in unserer Leistungsgesellschaft wird alles am äußeren Erfolg gemessen. Wer auf der Karriereleiter aufsteigt, ist in. Und wer unten bleibt, ist out. Und wer sich nur vom äußeren Erscheinungsbild blenden lässt, im Sinne von Kleider machen Leute, weiß nicht, worauf es letztlich ankommt. Mit Geld kann man sich vieles kaufen, aber kein Glück. In den Seligpreisungen und Glücksverheißungen der Bergpredigt sagt Jesus unter anderem, Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Was bedeutet für den Schauspieler Dietmar Schönherr Glück? Glück heißt für mich, in sich selbst und in Gott zu ruhen. Das Gefühl einer gewissen Sinnhaftigkeit. Oder besser ausgedrückt, ich bin nicht ganz umsonst auf dieser Welt, sondern hierhergestellt worden, um meinen Auftrag so gut wie möglich auszuführen. Davon verspreche ich mir weder die ewige Seligkeit, noch irgendwelche Belohnungen. Ich tue es, weil es mir aufgetragen ist. Und ich es machen muss. Seit 1984 engagierte sich Schönherr Nicaragua. Dort unterstützte er seit 1985 fünf Solidaritätsprojekte mit den Einnahmen aus seinen Filmengagements und mit den Spenden vieler Freunde und Gönner. Darunter das Kulturzentrum Casa de los Tres Mondos in Granada. Eine integrierte Kunst- und Musikschule. Es gibt nicht viele Menschen, die ihre Überzeugung so konsequent leben, wie Dietmar Schönherr, sagte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich Schönherrs 75. Geburtstages. Das Multitalent ist Zeit seines Lebens gegen den Strom geschwommen, wenn es um Wahrheit und Gerechtigkeit ging. Nie redete Schönherr dem Volk nach dem Mund, sondern tat, was er als notwendig erachtete. Als er Mitte der 80er Jahre sein tragfähiges Lebensfundament gefunden hatte, verblasste in seinen Augen der vergängliche Ruhm. Jetzt spiele ich vor allem um des Geldes willen, das anderen Menschen zugutekommen soll, sagte er. Wie war es zu dieser radikalen Lebenswende gekommen? Zum Sinneswandel seines bisherigen erfolgreichen Schauspielerlebens kam es am Heiligabend 1984 während eines ökumenischen Gottesdienstes am Stacheldrahtzaun in Mutlangen. Der Schauspieler erzählte mir, meine Frau Vivi musste damals zu ihren sehr kranken Eltern nach Dänemark fahren und ich war allein. Wie sollte ich Weihnachten verbringen? Spontan entschloss ich mich, mit 200 anderen Demonstranten in Mutlangen an der Blockade des amerikanischen Atomraketendepots teilzunehmen. Es war eiskalt. Wir feierten Gottesdienst. Ich fragte mich, ob unser Protest nicht irgendwie nur Selbstzweck sei, denn unser kleines Häuflein wurde von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. War das nicht vergeudete Kraft? Doch ich wollte unbedingt etwas machen, was anderen Menschen wirklich zugutekommt. Zu dieser Zeit tobte ein schrecklicher Bürgerkrieg in Nicaragua, der von 1981 bis 1990 dauern sollte. Da die US-Regierung ein sozialistisches Regime als Nachbarn nicht dulden wollte, schürte sie das Feuer des Bürgerkrieges durch finanzielle Unterstützung der Kontras im Kampf gegen die regierenden Sardinisten. Dietmar Schöner hatte 1982 den Priester und Dichter Ernesto Kardinal kennengelernt, der in dieser sandinistischen Revolutionsregierung Kulturminister geworden war. Am besagten Heiligabend rief der innerlich verzweifelte Schauspieler Ernesto Kardinal an und klagte ihm sein Sinnlosigkeitsgefühl. Daraufhin schlug der Priester schön hervor, sechs Wochen aus seinem Terminkalender zu streichen und den christlichen Glauben bedrängter Bauern im Kriegsgebiet zu erleben. Zugleich wollte er eine Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe gründen. Kurz entschlossen flog der Schauspieler nach Nicaragua und wurde von Ernesto Kardinal in das Dorf Posolera mitten im Kriegsgebiet im Norden des Landes gebracht. Schöner erinnerte sich. Es war eine Ansammlung von Erdlöchern und Bretterverschlägen und vom Wind zerfetzten Plastikplan, in denen ca. 75 Campesino-Familien mit 200 Kindern ohne Wasser und Strom hausten. Als Überlebende von drei schweren Angriffen der Kontras waren diese Bauern hierher umgesiedelt worden. Über seine erste Reise schrieb Dietmar Schönherr Tagebuch. Dieses Buch ist keine Liebeserklärung an die sandinistische Regierung, aber eine Liebeserklärung an die leidgeprüften Menschen. Als wäre ich selbst dabei gewesen, so anschaulich und mit großer Ergriffenheit ließ Schönherr mich teilhaben an seinen Erlebnissen. In diesem gefährlichen Kriegsgebiet haben meine Filmleute und ich das Leben mit den Dorfbewohnern geteilt. In der Nacht zum Karfreitag hatten die Campesinos auf den steinigen Straßen zwölf Kreuzwegstationen mit fliederartigen Blüten und einem Kreuz errichtet. Diese Prozession haben die Dorfbewohner ohne ihren Pfarrer organisiert und durchgeführt. Später gab es einen Gottesdienst im Freien. Dazwischen die Bewaffneten in Alarmbereitschaft. Der Pfarrer war ein Franziskanerpater aus Brasilien. Der in der gleichen Armut lebte wie die Bauern. Obwohl es in Strömen goss, zog er sich eine Soutane über. Was sieht man Schönherr bei dieser Messfeier empfand, hat er in seinem Tagebuch festgehalten. Hier ein Auszug. Und ich stehe da, als Nadio zur Wandlung wimmelt. Und ich stehe da, als Osmar das Brot bricht. Und ich stehe da, als Osmar den Leib des Herrn aus einem kleinen Plastikblecher fingert. Und ich stehe da, als er das dunkel-gelbe Blut in den Kelch schüttet. Und ich stehe da, als er den Kelch mit dem Blut des Herrn in den Gewitterhimmel von Posilero hebt. Und ich stehe da, als der Padre uns segnet. Und ich stehe da und habe noch immer diese Worte in den Ohren. Man muss Hoffnung haben. Und ich sage dir im Vertrauen, dass es die heiligste Stunde war, die ich je erlebt habe. Diesmal Schönherr war ergriffen von der Kraft der Auferstehung, von der diese Campesinos sich am Leben hielten. In diesem Kampfgebiet ermutigten die Pfarrer ihre Gemeinden, ihre Rechte einzuklagen und dafür zu kämpfen. Und wenn die Christen ihre im Bürgerkrieg gefallenen Brüder beerdigten, predigten sie, wollt ihr jetzt Trübsal blasen und vor lauter Verzweiflung nicht mehr anbauen? Dann haben eure Kinder plötzlich nichts mehr zu essen. Das Leben geht weiter. Beeindruckt zeigte sich Schöner von dem unerschrockenen Einsatz des Franziskaner-Paters, der seine Pfarrkinder im Glaubenskampf motivierte. So berichtete er, nach einem Angriff der Kontras auf Posolera bei dem 30 Leute getötet wurden, sagte der Franziskaner aus Brasilien, es sei wichtig, an die Gefallenen zu denken. Und während er ihre Namen aufrief, antwortete die Gemeinde nach jedem Namen, präsente, das heißt, sie sind anwesend. Damit zeigten die Trauernden, dass sie von der Auferstehungshoffnung erfüllt waren. Und dann ließ der Pater sich einen Blecheimer mit Wasser geben und taufte sechs Kinder. In diesem Augenblick wurde der Tod ad absurdum geführt. Der schmächtige Gottesmann, der von den Kontras oft verhört und gefoltert wurde, ist bald darauf an einer schweren Nierenkrankheit gestorben. Der vom Geist des Evangeliums erfasste Schauspieler fing an, sich mit christlicher Literatur zu beschäftigen. Besonders inspirierte ihn der Theologe Ernst Käsemann, der auch den Mächtigen dieser Welt misstraute und unter Berufung auf Gott die Freiheit eines Christenmenschen herausstellte, wenn er sagte, weil du diesen Herrn hast, brauchst du dich keinem anderen Herrn zu beugen. Aufschlussreich war für mich die Antwort auf die Frage, wie sich die Kampisinos gegenüber den gefangengenommenen Kontras verhalten hätten. Darauf ging Schöner mit ansteckender Anteilnahme ein. In Pusolera gab es nach diesem schrecklichen Angriff, bei dem 30 Tote zu beklagen waren, am nächsten Tag drei Gefangene. Kaum 20-jährige Burschen wurden durch ein Spalier von Männern, Frauen und Kindern geführt. Ganz verschüchtert und voller Todesangst glaubten sie, jetzt umgebracht zu werden. Dann wurden sie in eine halb verfallene Hütte, das alte Schulgebäude, gebracht, wo sie durch Blutlachen der soeben verstorbenen Opfer warten mussten. Hier wurden sie von einrückenden Militärs stundenlang verhört. Habt ihr denn nicht Hunger? fragten die Frauen der Toten, die ängstlich Gefangenen. Und dann gaben sie ihnen eine Bohnensuppe zu essen. Sie praktizierten christliche Feindesliebe. In solch leidvoller Situation kommt die Frage nach Sinn und Gott auf. Genauso erging es auch Dietmar Schönherr, der sich fragte, Wozu ist das alles? Wozu bin ich auf der Welt? Was mache ich eigentlich hier? Wohin soll ich gehen? Was passiert am Tage meines Todes? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich bin auf der Suche nach Gott. Nach mir selbst und nach dem Sinn des Ganzen, sagte er. Diesen Glaubensweg habe ich beschritten, bin aber noch nicht am Ziel. Mir fiel der Apostel Paulus ein, der an die Gemeinde in Philippi schrieb, Nicht, dass ich es schon ergriffen habe und vollkommen bin. Ich jage aber dem Ziel nach, weil ich von Christus ergriffen bin. Dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Findet sich der Schauspieler in diesem Bekenntnis wieder? Das tue ich, sagte er. Jesus ist für mich jemand, der die Leute in ihrem Alltag mit scharfem Verstand und großen Emotionen beobachtet hat. Für jeden Menschen, der ihm begegnet, hat er die richtige Antwort. Bei den Friedensbewegungen bin ich ganz konkret zum ersten Mal auf Christen gestoßen, die richtig denken und anders waren als die oft oberflächlichen Theater-, Show- und Filmleute. Dabei denke ich an Werther Jens, Helmut Gollwitzer und Heinrich Böll. Wiederholt habe ich im Rahmen der Aktion Fasten für das Leben 25 Tage gefastet, was mir sehr gut getan hat. So bin ich dem Christentum immer näher gekommen. Dietmar Schöner machte mich neugierig. Ich wollte mehr über seine Christusbeziehung erfahren. Und er ließ mich ein wenig in seine Seele hineinschauen. Ich will jetzt nicht sentimentalisieren, aber es ist eine sehr starke Beziehung. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn es lässt sich schwer beschreiben. Und jede Form von wirklichem Gottesglauben ist ja außerordentlich heikel. Es kann leicht als lächerlich hingestellt werden. Ich habe ein sehr schlichtes Christusbild. Am wesentlichsten scheint mir sein Opfertod zu sein. Als Gottessohn kommt er auf diese Erde und sagt, ich nehme euch Menschen jetzt die Sünde ab. Ohne Gottesliebe wäre ich zu meinem sozialen Engagement kaum fähig. Christen werden manchmal auch mit Christus gekreuzigt, indem sie beschimpft und verachtet werden. Christen sollten sich offen zu Christus bekennen. Wer dieses Bekenntnis aber nur als politische Parole benutzt, sollte es lieber bleiben lassen. Zusammen mit Ernesto Cardinal gründete und finanzierte Schöner in der Stadt Granada das aktive Kultur- und Bürgerzentrum eines der schönsten Kultureinrichtungen Mittelamerikas. Einer der ersten ausländischen Staatsgäste war der frühere Bundespräsident Roman Herzog. Mit seinen Spendengeldern, inzwischen sind viele Millionen Euros geflossen, unterstützte Dietmar Schönherr außerdem unzählige Straßenkinder in den großen Städten wie Managua. Ich bewundere es sehr, sagte der Literaturpreisträger Ernesto Cardinal, dass Dietmar Schönherr seine Zeit und sein Geld opfert und sich so sehr für die Armen in unserem Land einsetzt. Höhepunkt seines verdienstvollen Lebens war für den österreichischen Theater- und Filmschauspieler, Regisseur, Schriftsteller, Filmemacher, TV-Moderator, Friedensaktivist und Entwicklungshelfer, seine Predigt auf dem Kirchentag 1987. Seine Knie schlotteten schon im Voraus und das Lampenfiel aber stieg bedrohlich an, verriet mir Dietmar Schönherr einige Tage vor dem großen Auftritt. Als seine Vertrauensperson schickte er mir das Predigtmanuskript zu. Ein Vermächtnis für sein sinnerfülltes Leben, auch im unermüdlichen Einsatz für die Notleidenden in Nicaragua und anderswo. Es war für den gläubigen Christen eine Premiere, die mehr bedeutete als seine 100 Filmpremieren, in denen er meist die Hauptrolle spielte. Dieses Mal spielte Jesus Christus die Hauptrolle. Und der Schauspieler verstand sich als sein Sprachrohr. Ich lade Sie ein, liebe Zuschauer, dieser aufrüttelnden Predigt andächtig zu folgen. Den Predigtext musste ich leider ein wenig kürzen. Liebe Freunde in Christo, Schwestern und Brüder, Leidensgenossen in einer Welt der Habsucht und der Profitgier, in der uns die Liebe abhanden gekommen ist, ich begrüße dich, Herr Jesus Christus, in unserer Mitte. Ich hoffe, dass du Freude hast an uns in dieser Halle. Du hättest zu uns kommen können, strahlend auf einer weißen Wolke thront. Du bist auf diesem Kirchentag ganz anders zu uns gekommen, klein und von Schmerzen gebeugt. Du stehst da, mitten unter uns, in deinem ärmlichen Purpormantel. Dein Haupt blutet unter deiner Dornenkrone. Und wenn ihr ganz still seid, könnt ihr in der Ferne das Spottgeschrei des Pöpels hören. Und wir hören die Stimme des Pilatus, der sagt, seht, welch ein Mensch. Und da brüllen sie schon, kreuzigt ihn. Und um die dritte Stunde nageln sie dich ans Kreuz. Und seither schlagen sie dich ans Kreuz. Gestalt der Unterdrückten, der Entrechteten, der Gefolterten, der Kinder und der Frauen, die in Kerkern gepeinigt werden oder an Hunger sterben. Was ist zu tun in dieser Stunde, da unser Glaube den Biss verloren zu haben scheint? Da das Salz der Erde schal geworden ist, seinen Geschmack verloren hat, womit soll man es nun salzen? Schaut mich an, hier stehe ich, ein alter Mann, dem Tod so nah, dass er seine Schrecken verloren hat. Kein bisschen weiser und klüger als ihr, nur älter und dadurch durch viele Niederlagen gegangen. Und ich sage euch, wir müssen diese Botschaft so radikal leben, wie sie uns aufgetragen ist. Wir dürfen es uns nicht gefallen lassen, dass dieser blaue Planet, Gottes Erde, unsere Erde durch Profitgier unbewohnbar gemacht wird. Ich bin an Nicaragua aufgebrochen. Ich wollte armen Menschen helfen. Ich bin aufgebrochen in der vermessenen, aber auch ganz naiven Absicht, Gott zu suchen. Mir ging es wie den Fischen im Gleichnis, die auszogen, dass man ihnen das Wasser zeige. Und ich bekam, wie sie die Antwort, im Wasser lebt und bewegt ihr euch. Aus dem Wasser kommt ihr, zum Wasser kehrt ihr zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es nicht. In gleicher Weise lebt ihr in Gott. Und doch bittet ihr, zeige uns Gott. Und auf einmal war er mir ganz nah, mit jedem Tag mehr. Er war da im fragenden Auge des Kindes, im glitzernden Absturz einer Sternschnuppe, am Raketenzaun in Mutlangen. Aber begriffen habe ich es erst, als ich den sterbenden Campasino im Arm hielt, als bei der Totenmesse für die Ermordeten im Dorf sechs Kinder in dem Blecheimer getauft wurden, als die gefangenen Kontras durch die Blutlachen der von ihnen ermordeten Männer gingen und als die Frauen ihnen zu essen gaben. Ich bin sechs Jahrzehnte meines Lebens gegangen und gehörte zu jener Generation, die das Hakenkreuz angebetet und Auschwitz möglich gemacht haben. Wir haben den Samen gelegt für Hiroshima. Wir sind die Konstrukteure dieser desolaten Welt, aus tausend Wunden blutend, vergiftet, verseucht, ausgeplündert, einzig und allein orientiert an materiellen Werten. Einer Welt ohne Liebe, ohne Menschenliebe, von Gott abgewandt, krampfhaft die Augen verschließend, die Ohren verstopfend, damit wir ihn bloß nicht mehr sehen müssen, den gepeinigten Menschensohn unter der Dornenkrone. Ist es möglich, im Bewusstsein dieses Versagens, im Angesicht des von uns geduldeten Unrechts, ist es da noch möglich, eine Predigt zu halten? Ich habe es versucht. Es war, glaube ich, das Schwerste, was ich je versucht habe. Immer wieder an die Grenzen meiner Unzulänglichkeit, an die Mauern der Kleingläubigkeit stoßend. Wer verzeiht mir, wenn ich es nicht besser konnte? Heißt das nun Aufgabe, Resignation, Kapitulation? Nein, meine Freunde, ganz im Gegenteil. Das heißt, die Grenzen erkennen, über sie hinauszuwachsen versuchen, es besser machen ab heute, weiter kämpfen, stärker kämpfen, ihm vertrauen, wie die alte Campesino-Frau im Angesicht von Tod, Zerstörung und Schrecken, Blut und Elend sagte, man muss Hoffnung haben, Freiheit erringen, nicht im Sinne des Aufrechterhaltens unserer Privilegien. Freiheit so grenzenlos, wie sie im Evangelium verheißen ist. Weil du diesen Herrn, Jesus Christus, hast, kannst du allen anderen Herrn widerstehen, auch wenn du sterben musst. 2013 starb die 73-jährige dänische Schauspielerin und TV-Moderatorin, mit der Schönherr 47 Jahre verheiratet war. Ein Jahr später verabschiedete sich auch der 88-jährige Schauspieler von dieser Welt. Kurz vor seinem Tod sagte er, die meiste Zeit verbringe ich auf meiner Terrasse und schaue stundenlang aufs Meer. Das ist wunderbar. In seiner Sterbestunde hätte ich ihm gern brüderlich zur Seite gestanden und ihn umarmt und mich noch einmal herzlich bedankt für seine wunderbare Lebensgeschichte, die mich tief bewegt und Spuren in meinem Leben hinterlassen hat. Liebe Zuschauer, ich glaube, Sie haben es nicht bereut, diese halbe Stunde dabei gewesen zu sein. Gewiss hat das kämpferische Leben des gläubigen Katholiken Dietmar Schönherr auch bei Ihnen Spuren hinterlassen. Vielleicht sind Sie ermutigt worden, auch die Rolle des barmherzigen Samariters in ihrer Nachbarschaft, Kirchengemeinde oder in anderen Ländern anzunehmen. Wo wir die uns von Gott geschenkte Liebe weitergeben an hilfsbedürftige Menschen, werden wir selbst Barmherzigkeit erfahren. Gott segne Sie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!